achim hermann der hat diese doofe sache gesagt moment moment bitte das ist typisch deutsch er hat kein dort der hat gesagt ein wunderbare neger und darf ich Ihnen was sagen letzte zeit ist das wort neger verboten und ich verstehe genau zigeunerschnitzel ist verboten und das finde ich plötzlich das era sachen plötzlich das neger wusste es wurde gesagt neger schon die ganze zeit wo ich da war es war ein kuchen der hieß neger küsschen haben sie gehört also was mit diesem gag habe ich so viele frauen kennengelernt und erobert wenn ich gesagt habe wollen sie ein neger küsschen haben von mir und 90 prozent haben ja gesagt also ich verstehe nicht warum man immer das ist das was ich sage weil es herabwürdigend ist nein zeit plötzlich plötzlich aber der zu ist ein wunderbare neger und nein was 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 stört ihn das wort wunderbar mich stört neger das ist quatsch kommt davon der axon die die musik also der ton macht die musik und darum ich bin ein mensch der positiv denkt respekt und respektiert sie finden es nicht respektlos nein habe ich dreimal gesagt hier wie soll ich ihm das schriftlich gehen also ich sage ich bin warum soll das wenn jemand ist ein wunderbarer und das hat er nicht gesagt so und denkt hat okay nächstes mal derzeit wunderbare farbige gestern am war ein film aus hollywood mit sydney potty mit spencer tracy und drei haben sie wieder wie viel das wort neger das haben die damals damals ja wieso damals amerika ist noch schlimmer herr blanco amerika ist noch schlimmer was denn wenn man da wenn man da neger oder neger das geht nicht das geht nicht das ist verboten das kennen sie ich meine sie sind in der welt zu hause ja wissen dass das usa total schmäh begriff ist untereinander schwarze leute untereinander können sich benennen wie sie wollen aber man kann nicht aber ist auch egal wir müssen es wenn sie sie haben wenn sie sie haben recht wenn sie sich nicht respektlos behandelt fühlen ist das aber wir haben wir noch mal hat mir immer respektiert